Hallo ihr Lieben, die Maja und ich sind gerade auf dem Weg zur Post mit ganz viel Aspartbriefen. Und da dachte ich, ich erinnere euch nochmal an unsere Facebook-Auktion, die am 10.03. startet zugunsten unserer Notfällchen. Vielleicht habt ihr ja noch was, was ihr einstellen könntet. Bücher, Klamotten, wunde Sachen. Und dann kann ab dem 10.03. ganz fleißig geboten werden, dass der ein oder andere Euro zusammenkommt, um die recht hohen Tierartkosten zu zahlen. Also schaut doch jetzt mal auch passend zum Frühling und zum Frühlingsputz im Keller, auf dem Speicher oder in euren Hundesachen. Wir haben ja glaube ich alle ein Halsband, was wir eigentlich nicht mehr brauchen. Und stellt es einfach in unsere Facebook-Auktionsgruppe ein und dann hoffe ich, dass wir da zum Ende der Auktion ein ganz, ganz tolles Ergebnis saubern werden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und bis bald!